Oh, hier ist aber jetzt noch viel geklefft. Ups, ist egal. Na gut, du kannst los an den Geruchsartikel. Sie wird das wahrscheinlich auch riechen. Kannst auch mit runtergehen, geh mal mit der Hand runter, hat sie vielleicht schon das Leckerli. Oder auch nicht, dann lass sie vorgehen. Gib ihr Leine. Hat sie schon. Wissen, der läuft ganz anders. Ist okay, ist okay, mich wegziehen von der Vp. Zu deinem Hund gehen. Der Winter spielt gar nicht mal so eine Rolle. Am Anfang sowieso nicht, weil die auf Sicht laufen. Ja, aber die gehen ja erst mal nicht in der Nase, die gehen erst mal in der Auge. Die merken sich die Stelle. Weil es geht dir jetzt nur, dass eine fremde Person was Tolles ist. So, gleiches Spiel. Okay, dann kommen wir wieder runter. Dann noch Schluss. Du gehst einfach hinter den, wieder fünf Meter, du bleibst stehen. Fünf Meter hinter dem grauen Kasten. Erstmal den Dings ablegen, ja, genau. Ja, ja, ja. Fünf Meter. Ah, ja, ich weiß, ich hab jetzt, sorry, sind fünf Meter, okay. Super. Man soll mehr auf seine Sprache achten. Okay, du kannst los mit ihm. Ah, wieder das Scheißding weggeflogen. Ja, der Leckerchen ist da. Aber egal, gut. Man hat nicht jeden Effekt im Graf. Du hast noch eine Dose, ne? Ja, ist da noch, hast du noch voll? Ich weiß nicht, wie viel du eben den anderen hast. Nicht, dass du gleich keine Dose mehr hast. Soll ich schon was abnehmen? Also, jetzt sieht das hier. Da ist noch, pass auf, dann machen wir die mir jetzt mal, tun wir die mal halbieren. Warte mal, in einer war noch so ein Bodensatz. Hier war noch so ein Bodensatz drin. Okay, dann nehmen wir die zwei. Dann können wir die nochmal gerecht teilen. Hallo. Komm her, du kannst auch nur die Dose, brauchst die Tüte nicht. Riech nicht so. Jetzt, wieder fünf Meter vom Hund den Lappen. Ist okay. Nicht auf den Kanaldeckel. Nein, da nicht. Und jetzt gehst du um die Ecke und gehst da fünf Meter um die Ecke. Jawohl. Jawohl. Okay, los mit dir. Die Dreckleine laufen lassen, ne? Hinterher. Das ist schon lecker. Das ist nicht mehr interessant. Ja, deswegen müsstest du, das ist, das ist keine so eine gute Leine, um diesen Hund zu halten. Da ist eine Lederleine, ist da besser. So, nochmal das Spiel. Da hinten geht's rum, glaube ich. Dann gehst du jetzt mal 20 Meter da rum, dass der Hund mal ein bisschen laufen kann. Ja, du machst das toll. Das ist ja eine ganz tolle Maus, ne? Die will aber alles wissen, ne? Ja, ja. Da sind auch lecker. Du brauchst gar keinen Lecker mehr. Will die nämlich nicht mehr. Das Spiel ist für sie interessanter. Weißt du, ist die Spannung jetzt bei ihr? Leckerchen suchen und so weiter machen wir zu Hause auch ziemlich viel. Bitte? Leckerchen suchen und so weiter machen wir zu Hause auch sehr viel. Ah, okay. So kriege ich sie halt auch langsam beschäftigt, ne? Das ist halt... Okay, du kannst los. Ist egal, ist egal. Die weiß sowieso, wen sie suchen soll. Das finde ich auch immer wichtig, dass man da nicht erkennt, dass man braucht hier. Ne, ich mache normalerweise zweimal, nur, dass sie das richtig anriechen, weil du hast ja hinterher dann Personenwechsel, ne? Und viele versuchen, den Hund dazu zu zwingen und das ist immer ganz schlecht, weil dann geht der immer weiter in die Meidung und da muss man dann andere Sachen machen. Okay. Jetzt hat der Hund Pause. Ja. Hast du schön gemacht, hast du schön gemacht, ne? Oh, bist ein toller Hund. Hier, ich hab noch eins. Jetzt bleib mal stehen. Jetzt lässt du sie auf mich zulaufen. Toller. Riech. Räußer. Sehr gut. Bleib mal stehen. Nur alleine. Ja. Hat sie schon. Spiel sofort verstanden. Ich hab irgendwann gesagt, ich hab gestern Abend verletzt. Ja, aber es ist Donnerstag. Okay. Bleib du mit Donner hier. Geh mal den Weg. Und dann bleibst du da, wo das Gebüsch da so hoch ist, einfach stehen. Einfach um die Ecke gehen. Ah, hier der Baube hinten. Genau. Genau. Gut. Okay. All right. Okay. Okay. Mal. Lass sie draufzulaufen. Donner. Risch. 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 Ja, super. Sehr gut. Hallo. Noch ein bisschen arbeiten. Sehr schön. Du musst auch loben. Du musst beide loben. Das geht mir ein bisschen zu schnell mit euch. Zu schnell? Ja. Dein Hund ist eingewickelt. Ja, ist nicht dran. Das ist von Donner. Jetzt wickelt es ihn aber erst aus. Genau. Jetzt gehst du links und bleibst da wo das grüne Zelt ungefähr stehen. Ah, ok. Du musst nicht weit sein. Warte, warte. 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 Das ist ein spannendes Spiel. Warte, ich bin noch nicht so weit. Das Glas ist noch nicht auf. Warte. Warte. Ja, wo ist er? Warte. 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 Sehr gut. Ihr habt hier so. Gut. Komm, jetzt lassen wir erstmal stehen, weil das hat sie so schön gemacht.